Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wiederum mit einem neuen Video. Ja und zwar möchte ich heute über den Film Toy Story reden. Und ja, auf jeden Fall gefällt mir dieser Film echt toll, den habe ich geguckt, Toy Story 4. Und zwar gibt es einen neuen Charakter, also es gibt zwei neue Charakter. Einmal Forki, das ist so ein Göffel und es besteht aus Müll. Aus Müll kann man ganz viele neue Sachen machen. Ganz wackelhaugen, so einen Mund aus blauen Kneten. So braun. Augenbrauen, so rot. Und die Hände bestehen aus so einem Teil hier. Das habe ich benutzt, weil ich habe so ein Haus irgendwie so umgebaut. Ja, auf jeden Fall fand ich den Film echt cool. Und ja, da wurde so Forki eingefangen und sogar den anderen Puppen und so. Und wächtern. Das habt ihr aber schon gesehen. Und unter den Füßen steht immer so Bonnie. Ja. Auf jeden Fall. Das war's. Wow. Also Leute. Leute. Das ist Forki. Leute. Das ist Forki. Leute. Das ist Forki. Und ich möchte spielen. Warum? Woher kann er reden, Leute? Forky? Was ist? Ich will spielen. Oh mein Gott, Leute. Alter. Forky? Forky, was machst du hier eigentlich? Spiel sofort mit mir. Sonst gibt es Ärger. Ich bin Forky. Mein Gott, Leute. Forky, halt fern von mir. Nein, auf keinen Fall. Ich werde dich fern von dir halten. Ich werde dich für immer beobachten. Ha, 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 ha. Mein Gott, Leute. Ich will jetzt mal kurz die Kamera hier. Und, ähm, ja. Und, ähm, ja. Ich bin Forky. Und wer bist du eigentlich? Willst du auch spielen? Ich bin für dich, die, 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 die wieder fertig ist? Ja. Schnell. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Anthony. Ich bin für dich. Und, ähm. Okay, sofort von hier weg. Toilette gehen, was tut gut. Wir sprechen jetzt wieder mit Foggy. Was? Es sind nur noch Kanäte, Leute. Wo ist Foggy? Ich bin mir sicher, er war hier irgendwo. Jo, nein, nein, niemals, niemals, nein, nein, nein. Foggy, wie bist du da hingekommen? Wie bist du da hingekommen? Oh, scheiße. Wie bist du da hingekommen? Ich kann mich bewegen. Ohne, dass du es siehst. Hahaha. So krank. Scheiße, ne? Ich hatte den hier gebastelt, ne? Das sollte eigentlich mein Foggy werden. Und er sich gar nicht bewegt normalerweise. Aber warum bewegt er sich? Und der ist nicht mein Gürfel. Der ist nur mein Löffel. Warum filmst du mich so? Willst du spielen? Hahaha. Okay, okay, okay. Nein. 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 Ich tue nur ganz kurz mein Computer hier an. Ich tue nur ganz kurz mein Computer hier an. ich schalte ihn jetzt erst mal an. Okay, schauen wir mal, ob das mein Stuhl ist. Okay, wir machen das jetzt aber erstmal an. So ein bisschen lahm, Leute. Okay, du bleibst da. Entschuldigung, ganz kurz. Leute, er ist jetzt bei mir in meiner Hand und ich halte ihn jetzt erstmal im Auge. Falls ihr irgendwas hören solltet. Jetzt ist er an. Das ist eine kleine Figur aus dem neuen Film Toy Story 4. Sie taucht in den meisten Häusern auf und bewegt sich durcheinander. Hat sie auch bei mir gemacht. Also Foggy. Weiter geht's reden. Und Foggy nützt auch die meisten für Videos. Aber leider wissen wir nicht, ob das wirklich fake ist oder real ist. Na klar ist das real. Es bewegt sich doch von alleine. Und redet auch noch. Leute, nicht, dass ihr denken, dass ich hier alles fake. Niemals, Alter. Da ist ein Video. Ich mach's jetzt mal komplett leise. Guck mal, die bewegen sich da. Ich schlau auf Gott, Leute. Die sind dann bewegt sich da. Ich geh kurz auf die Toilette. Ich bin's wieder da. Ich bin wieder Foggy. Jeder nennt mich ein Göffel. Und das nervt mich. Wäre jemand von euch nennt mich Göffel. Oder Löffel. Und ich bleib lieber weg von hier. Soll ich bin wieder da von der Toilette? Ich hab jetzt zu viel getrun. Nein. Nein, nein. Niemals ist er da hinten. Das ist Foggy für eine Figur. Und wieso bewegt sie sich so rum? Das ist eine Figur aus Toy Story. Sie bewegt sich durch Häuser und anderen fremden YouTubern Häuser. Die war doch gerade eben hier. Guck mal, hier ist mein PC. Der hab ich jetzt ausgeschaltet. Und da war es doch. Und jetzt ist es einfach da hinten. Das macht 0% Sinn. Warum bist du wieder da? Ich kann mich durch dein ganzes Haus bewegen. Ohne dass du es merkst. Ha, 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 ha. Und jetzt hör auf mich zu filmen. Dann hole ich etwas und entführe dich. Ha, 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 ha. Das geht mir ehrlich zu weit. Leute, damit beende ich mich auch diese Folge. Und ich würde erstmal probieren, den Foggy aus meinem Haus zu werfen. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ich beginne nicht zu abonnieren, den Glock aktivieren. Und ein Like zu geben, wenn ihr noch mehr so welche Folge wie ihr das haben wollt. Und dann abonniert auch hier schon mal diesen Kanal hier. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Nichts. Vielen Dank.